Was ist der Kopf der Woche? Antigen-Schnelltests, PCR-Tests, Tests für alle und und und. Hut ab, wenn Florian Zerzer, Generaldirektor nach der Pandemie, bleibt. Zweites Thema. Worüber der Finchgau lacht? Dem Finchgau ist das Lachen vergangen. Denn wir haben in der ersten Welle noch geschmunzelt, weil unser Tal vom Coronavirus weitgehend verschwunden worden ist. Dafür hat uns jetzt die zweite Welle hart getroffen. Aber das Lachen kommt wieder. Drittes Thema. Worüber der Finchgau nachdenken sollte. Wenn Amazon alles zu jeder Zeit darf und wenn man weiß, dass Amazon weder Steuern zahlt, noch unsere Jugend ausbildet, noch sich als Sponsor für Vereine betätigt, dann haben wir drei gute Gründe nachzudenken, ob wir bei Amazon etwas bestellen sollten. Vielen Dank fürs Zuschauen.